Musik 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 Das Sicherheitskonzept der Beachvolleyball WM 2017 ist in enger Zusammenarbeit mit dem Veranstalter ausgearbeitet worden. Also wir haben im Einsatzbereich, am Veranstaltungsgelände haben wir natürlich uniformierte Kräfte, wir haben auch zivile Kräfte. Also es erfolgt einerseits die Aufklärung, als auch die präventive Präsenz der Polizei und sollten natürlich von Veranstalterseite polizeiliche Unterstützung gebraucht werden, sind wir natürlich auch vor Ort. Das Arbeiten hier natürlich steigert sich so, von Woche zu Woche kommen mehr Leute dazu. Das Kernteam sind so um die 50, 60 Leute, die schon seit vielen Monaten daran arbeiten und jetzt während der Aufbauarbeiten sind es also bis zu 400 Leute. Wir sehen uns da neuen, ganz neuen, anderen Herausforderungen gegenüber und da spielt die Wiener Polizei eine ganz, ganz wesentliche und wichtige Rolle. Mit ihrer ganzen Erfahrung, mit dem Erfahrungsschatz, mit der Routine über viele Jahre fühlen wir uns einfach unglaublich gut aufgehoben, in sicheren Händen und profitieren auch wahnsinnig natürlich von diesem Erfahrungsschatz, der da ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.